Im neuen Seniorenzentrum Großen Kneten erklangen am Montag fröhliche Lieder. Mehr als 30 Jungen und Mädchen aus dem evangelischen Kindergarten besuchten die Einrichtung und sangen zur Freude der Bewohner Weihnachtslieder. Auch gemeinsam wurden Lieder angestimmt. Die Kinder hatten für jeden Bewohner ein kleines Präsent gebastelt, das sie im Anschluss an ihren Auftritt überreichten. Das Pflegeheim in Großen Kneten ist seit Sommer in Betrieb. Die Kleinen aus dem Kindergarten wollen jetzt öfter einmal vorbeischauen. Immer eine willkommene Abwechslung. Wenn ich aufgestanden bin.